EuGH Sony-Klage gegen Schummel-Software verletzt keine Urheberrechte Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die Verwendung von Schummel-Software für Computerspiele kein Verstoß gegen Urheberrechte darstellt. Sony hatte geklagt, weil die Software es Spielern ermöglicht, in Spielen zu betrügen und das Spielerlebnis zu verfälschen. Das Gericht entschied jedoch, dass die Verwendung von Schummel-Software zwar unerwünscht und unfair sei, aber keine Verletzung von Urheberrechten darstelle. Die Software verändere zwar das Spiel, aber sie greife nicht direkt in den Code des Spiels ein. Sony hatte argumentiert, dass die Verwendung von Schummel-Software das geistige Eigentum des Unternehmens verletze. Der EuGH wies diese Argumentation jedoch zurück und entschied, dass die Verwendung von Schummel-Software nicht als Verletzung von Urheberrechten angesehen werden könne. Die Entscheidung des EuGH ist ein wichtiger Sieg für die Gaming-Community, die sich oft mit Unternehmen wie Sony auseinandersetzen muss, die gegen Cheater vorgehen wollen. Die Entscheidung stellt klar, dass die Verwendung von Cheat-Software keine rechtlichen Konsequenzen hat und dass Unternehmen wie Sony andere Wege finden müssen, um gegen Cheater vorzugehen. Die Entscheidung des EuGHs